Hier sehen wir die Rezeption. Den Eingangsbereich. Super schön eingerichtet. Im Moment noch Pura Vida. Auf nächstes Jahr Pruxila. Das hat sich verändert. General Manager. Hier direkt der Eingang. Das ist eine große Anlage am Hang gebaut. Und hat jedes Jahr den Tool-Holly bekommen. 14, 15, 16 haben sie auch den Tool-Holly bekommen. 14, 15, 16 haben sie auch den Tool-Holly bekommen.